Die U-Bahn der Zukunft. Alle 100 Sekunden eine U-Bahn für Hamburg. U-Bahn 100 setzt den Startschuss für das digitalisierte, automatisierte Bahnfahren auf der U4 und dem östlichen Abschnitt der U2. Dank bahnbrechender Technik. Communication-Based Train Control ist ein hochmodernes Kommunikationssystem, das Zuginformationen per Funk überträgt. Denn anders als beim derzeitigen System kommunizieren die Züge ihren Status kontinuierlich an die Signaltechnik und erzeugen so einen individuellen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Zug. Ein sogenanntes Moving-Block-System. Direkt, präzise und dynamisch. Für minimale Taktzeiten und maximale Anzahl an Zügen. Das bedeutet weniger warten, mehr Platz im Zug und ein stressfreieres Bahnfahren. Und gleichzeitig sind die Bahnen sogar noch nachhaltiger unterwegs. So geht U-Bahn Next Level mit U-Bahn 100. Mediat. Deine Sabbath. Und gleichzeitig sind die Ausbildungiadi. Die Verwendung sind im Zuginformation an Zügen. Die Notwendigkeit.